Mein Name ist Jérôme Luling und nach meiner kleinen Sendung Lützebäuer-Lehrer spielen wir heute ein Spiel, und zwar slither.io oder .io. Da weiß ich jetzt kurz, dass wir vielleicht ein bisschen Vokabler lernen. Ein Wurm, das ist männlich, Wurm, das ist der Pluriel, Wurmchen, das ist ein Klänge Wurm. Small Wurm, ein Werk, ein langer Wurm, ein Klänge Wurm oder ein Wurmchen. Könnt ihr auch suchen, ein Wurmchen. Voilà. Change skin, tout ändern, an diesem Fall kriegt das Wurmchen dann einen Pfaff. Play, das ist das Spiel. Auf Facebook delen, to share, partagez. The like-knäppchen, le petit bouton, the small button. The mouse-knäppchen, den also bei der Maus. Wenn ihr den linken Maus-knäppchen unhaltet. Donc, ihr wollt l'appuyer. If ihr push on the left mouse button. Long enough. Da geht der Misea. Mais ihr kriegt auch mal einen Punkt. Der Wurmchen bewegt sich der Misea faster. Il ist plus weit. Mais ihr werdet den Punkt. Also links, nach rechts, nach oben, nach innen, nach gauche, nach droite, nach oben, nach oben, nach oben. Ander Müt. Ihr dürft kein andere Wurm bereieren. Don't touch another one. Ne touchez pas an ein andere Werk. Wenn ein anderer Wurm ihr erst bereiert. Oder eher Wurmchen bereiert. Da kriegt er dem Sinn Punkte. Erst sind der Teichd mehr Punkte. Sech drehen. Sech drehen. Sech drehen. Sech drehen. Schummisch gedreht. Und gedreht das Vergangenheit. Also, wer da mehr ist. Wer da mehr Punkte kriegt. Also, der Teichd nicht mehr Punkte. Mehr da gehen mehr Punkte. So ist es richtig. Aber ja. Da gucken wir jetzt das Spielchen mal um. Weil er ist. Lieder.io ist immer mal low quality. Und dann muss er hier like, share, follow. Das ist Change Skin. Du könnt ihr in einer Verve für ihre Wurmchen wählen. Wollen wir mal, was weiß ich. Rood. Aber ja. Das ist immer besser. Und dann könnt ihr auch hier, ähm, ja. Das Resultat teilen. Auf Twitter. Oder auf Facebook. Auf Facebook. Voilà. Und play again. Ich habe schon auch gerade gespielt. Ich bin nicht nachher. Ich tippe nicht meine Nummer an. Jérôme. Voilà. Und dann fangen wir mal um. Und dann fangen wir mal an. Und dann fangen wir mal an. 학교章. Wir haben schon auch eine Wurm. Da geht der Wurmchen auch noch hier. Dann fangen wir mal an. Und, Hopla. Da war schon eine ganz große Wurm. Wie gesagt. Ihr müsst punkten hier sie sammeln oder essen. Und dann gesehen ich hier. Vielen Dank, dass der Warsch kiennent und da steht der Fenn democratat sich im Moment. Uh. Die Wurm-Wurmdäcke ist riesig groß. Dann geben wir mal eine Wäsche. Da geht ihr auch auch nach 60. und wenn ich natürlich auf die Knäppchen drücke, dann bewege ich mich sehr, mit der verlängeren Punkte. Mehr sind nicht. Und so könnt ihr erst dann die ganzen Däremse sehen, noch innen füren, noch innen rät, an den Punkten früßen oder essen, da sind die Klänge, da sind die Größen. Wie gesagt, der dürfte nicht an den Größen oder an irgendeinen Würmchen rennen. Der könnte den Tour auch unter mir selber machen, das ist nicht schlimm. Aber der dürfte auch keine Würmchen rennen. Lass drücken ich auf die Knäppchen, da geht ein bisschen mehr Seher, da gehen ich noch auf die Oewe. Aber weil der Würmchen natürlich mehr groß geht, wird mir einfach für erstes geht, für die Klänge, wie er mich schon zu früßen. Oder ob man es da an irgendeinen ist. Voilà. Boah, im Moment geht es schon ganz gut. Aber wie lange spielen wir schon? Weil, von neuf Minuten. Ich meine, es geht es durch. Das Prinzip von Sternen. Oh, ich will einfach nur noch näher gehen. Dann, ich kann nur noch nicht heimisch. Oh, 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 oh. Die sind alle seher. Und du hast nur noch mal an mich gerannt. Du hast einfach noch keinen. Da sind nicht mehr an die Größen, du gerannt. Okay. Ich meine, ich halte nur ab. Das Prinzip. Ei, nee. Alle, die rennen doch nicht. Ah, sie passen alle ab. Weil keiner an den anderen rennen. Muss doch auch. Weil keine Punkte verlieren. Den doch auch nicht. An den doch auch nicht. Ja, sie passen alle ab. Ma ja. Ich meine, aber nur Schluss. Da gehe ich zurück an mein Hauptmenü. Voilà. Und so, natürlich, vielmals merci für eure Aufmerksamkeit. Äh, ich hoffe nur, du bist ein bisschen etwas gelehrt. De paar Vokabeln. Äh, ich meine, auch schüßt ein klein, äh, Reklam. Für, ähm, wegen einer Internetseite. Wie geht das schon mit? Du? Voilà. Exerciz.de, grammaier.de. Äh, ich sehe noch auf Facebook, auf YouTube. Und, äh, mein drei Bücher. Werbentabellen auf Lützburg. Ich meine franzäische Übersetzung, meine englische Übersetzung. An 170 Schweizer Abplätze bei ist. Und das war ja doch schon alles für heute. Ich so nicht, äh, vielmals merci für eure Aufmerksamkeit. Bis geschwöhn. Ädi. Und das war ja noch nie. Aber er war ja noch nie. Sind euch sicherlich. Und das war ja noch nie.